Hi, wir sind Alina und Marie-Sophie und wir spielen heute Alter Krass. Kristall. Was ist das? Kristall. Ist das eine Frau? Nee, was ist es? Es geht um Ging. Ein Komiker. Ich muss jetzt absolut raten. Ich habe absolut keinen Plan. Eins, zwei, drei. 29. Oh, du kannst ja gar nicht mit mir einschalten. Ich habe 37 gesagt, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie an Oliver Pocher gedacht. Ich bin richtig schlecht, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich glaube, ich bin viel zu hoch. Was? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Sag mir was. Echt jetzt? Ich meine wen anders, glaube ich. Ich bin voll... Oh mein Gott, man, jetzt war ich echt knapp dran. Ich war auf wen anders, glaube ich. Heidi Klum. Ich habe letztens noch gegoogelt. Echt? Boah, du. 47. Boah, schon wieder bin ich näher dran. Ich war mir so sicher. Ja, dachte ich auch. Ich habe überlegt, einen fuchst du dich oder... Mann! Mama! Das ist okay. Chris Brown. Also, als ob ich so ein Alter weiß. Boah. So alt? Bin ich so... 31. Das ist mein dummer ein Gedanke, Mann. Und beide falsch. Marek Ritz. Bin mir nicht sicher. Ist das kein Ernst? Oder 20? 20. Ah, ich war noch am Überlegen. Okay, wir kommen doch nicht zu. Weißt du, wer das so macht? 66. Alter, das geht so... Ich bin so gut. Das ist ein GU-HT. Kannst du? Kannst du? Nee, das ist eine Frau, oder? Ja. Stefan Rabe. Boah. Ja, aber ich weiß das Alter nicht. Was hast du? 53. Was hast du? Ich bin wieder falsch geworden. Ich habe keine Lust mehr. Du schummelst. Gar nicht. Ich bin einfach nur besser am Raten. Inscope Nico. Das gibt's nicht. Ich habe wieder einen Punkt zu wenig. Ein Alter zu wenig. Aber ich habe an Mrs. Bella gedacht. Da habe ich mir gedacht, sie ist Mitte 20. Dafür, die sind locker 30, dachte ich. Nope, girl. Chase Hudson. Warte. Ist es ein TikTok? Oh mein Gott. Okay. Wasserkocher. Das ist sehr klein. Ist nur 19. 18. Der ist dann 18 geworden. Der war erst noch 17. 16. 30. Ja! Endlich! Was hast du? 31. Boah, mein Bruder wird mich umbringen, wenn ich das jetzt nicht weiß, hey. 32. Was hast du? Wir sind gleich dumm. Maria hat wenigstens die Punktleidung. Aber ich habe gewonnen. Yeah! Mann, ich wollte einen Punktleidung. Okay. Das war alter krass! Du kannst es auch gerne. Soll ich machen? Das war und du machst alter krass? Ja. Okay. Das war alter krass! Ja! Okay.